Es sind Ferien und Renate ist wie immer allein zu Haus. Und weil ihr langweilig ist, macht sie die Wohnung dreckig. Ihre Eltern kommen meist sehr spät nach Hause. Als die Eltern nach Hause kommen, sind sie geschockt und sprechen mit Renate. Bist du verrückt? Was hast du gemacht? Ich bin immer so traurig und allein daheim. Ach du armes Kind, dass du so leidest, das bricht mir das Herz. Sofort beschließt die Mama wieder mehr Zeit mit Renate zu verbringen und kündigt noch am gleichen Tag ihren unbeliebten Job. Und für den Rest der Ferien machen wir Urlaub.